Wolfgang Petry zählt auch Jahre nach seinem offiziellen Karriere aus noch zu den erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands. Schon im Jahr 2006 beendete er seine Karriere offiziell. Doch wieso eigentlich? Wolfgang Petry? Wieso beendete er seine Karriere? Wolfgang Petry ist einer der bekanntesten deutschen Schlagersänger und hat in seiner Karriere zahlreiche Hits produziert. Die bis heute auf keiner guten Party fehlen dürfen. Seine Musikkarriere begann jedoch eher unspektakulär. Nach einigen Auftritten in den 1970er Jahren gelang ihm 1992 mit dem Ohrwurm-Hit verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Der zuvor auch schon Schlagerkollege Jürgen Drews angeboten worden war, dann der Mega-Durchbruch. Es folgten Hits, wie Weiß der Geier, Ruhrgebiet, Der Himmel brennt oder Wahnsinn. Mehrfach wurde Petry für seine Musik ausgezeichnet. In den Jahren 1997 bis 2002 gewann er sogar jeweils einen Echo. Nachdem er sich 2006 dann schließlich über sein 30-jähriges Bühnenjubiläum freuen durfte, folgte fast zeitgleich die Schocknachricht für die Fans, als der Musiker offiziell vor 15.000 Fans verkündete, seine Karriere beenden zu wollen. Wolfgang Petry, der Schlagerstar, wird bis heute vermisst. Doch aus welchen Gründen traf Wolfgang Petry damals die Entscheidung, seine Karriere an den Nagel zu hängen? Immerhin galt er zu dem Zeitpunkt als einer der erfolgreichsten deutschen Musiker überhaupt. Laut t-online.de sagte er einst vielsagend. Ich war ja Pfarrer Wolle, ich war für jeden da. Das kannst du nicht ewig durchhalten. Die Belastung durch die vielen Auftritte sowie der Wunsch. Mehr Zeit für seine Familie zu haben, führten letztlich zu der Entscheidung. Außerdem sei Wolfgang Petry der Meinung, dass es an der Zeit für eine neue Generation von Künstlern sei. Obwohl der Schlagerstar heute mit seiner Frau Rosemarie Remling recht zurückgezogen lebt, konnte er sich dann doch nicht ganz von der Musik lösen. Obwohl er mittlerweile keine Interviews mehr geben möchte und es in den letzten Jahren auch keine öffentlichen Auftritte mehr gab. So durften sich die Fans des Wahnsinns, Interpreten zumindest musikalisch immer wieder über Neuigkeiten freuen. Erst im März 2023 veröffentlichte Wolfgang Petry sein letztes Album Stark wie wir. Auch auf Instagram meldet sich der Musiker hier und da immer mal wieder zurück. Dennoch geben seine Fans die Hoffnung auf ein Wiedersehen oder gar eine weitere Tour bis heute nicht auf.